Ach, wir hatten unseren Troll schon vorher dabei, okay. Ja, das stimmt. Du bist zu niemanden, als Jängus. Jängus? Der eine und nur Jängus. Der eine und nur Jängus? Was für ein Schicksal! Ich würde dich wegnehmen, wenn du deine Scheine hattest. Natürlich geil. Jetzt, mein Junge! Jetzt! Oh. Jetzt! Jetzt! Das ist was ich, als ich sagen sagen würde, krach! Wir machen uns dann weiter, mein Junge! Zieht er den jetzt hoch? What? Still here? Mister? Hm. Chef. Okay. You saved my love. Gav? What is this nonsense? If you're in anyone service, put a sock in it. I talk to you, he's the one. Put a sock in you! Hahaha. Deswegen mögen die sich auch nicht. Zu geil. Zu geil. What happened? Well, I'm not finished yet. This is the best bit. I haven't told you about out of the gap. Whatever. You can tell me all about it later. I should have known a bird wouldn't get a story like that. Still, no skin off my nose. Der hat auch irgendwie so eine Kastanie auf dem Kopf, finde ich. Ah, jetzt haben wir nur... okay. Cengiz Rehn als letztes. Ich würde sagen, äh... Okay. Uninteressant. Pickham oder Pick... Wo fahren wir jetzt hin? Jessica. Nee, nee. Nenn du mich mal so. Oh, die hätte mich auch Chef nennen können. Ja, jetzt bei mir im Büro arbeitet, ne? Da wissen wir schon Bescheid. So. Ja, das ist sie. Ich glaube eher weniger. Du kannst es ja versuchen. So, wir kommen jetzt bestimmt in Schiffsinnere. Ah, da sind die beiden. Warte mal, jetzt können wir erstmal mit dem Jungen hier reden. Ah, Medina. Okay. Na ja, schauen wir, was sie haben hier. Hi, Ködler. Lebenssamen. Jetzt haben wir ein paar Fässer hier zu stellen, wo ich Bock habe. Die haben ihre Lebensmittel gespräch und ich zerstelle einfach hier die ganzen Fässer. Ah, das war eins. Topfdeckel. Halkreid. Oh, sind auch noch richtig heiß. Zehn Gold. Da keine mehr, jetzt kommen wir ins. Weitere des Schiffs. Oh, ne, da ist eine Schatzkiste. Bronze. Messer. Okay. Auch noch so ein bisschen noch um die Stadt hier rum. Und sie... Ah. Tada. Angel. Okay. Sicherlich. Ah, jetzt können wir den Kessel benutzen. Ich würde den jetzt auch gerne benutzen. Ah, jetzt können wir den Kessel benutzen. Ich würde den jetzt auch gerne benutzen, ne? Ah, ja, ist ja. Land in Sicht. Das war der Auslöser, mit dem wir sprechen mussten. Gut. Pilger Kai. Ja, da machen wir auch... Eigentlich wollte ich davor schon einen Schluss machen, weil ich dachte, wir reisen gleich komplett durch. Aber, das ist ja nicht so. Das heißt, wir haben jetzt nochmal einen Stoppfeuer an Port gemacht. Jetzt am Pilger Kai. Und dann sollten wir auch weitermachen. Ja, hier geht unser Abenteuer weiter. Zu dritt. Diesmal nicht nur zu zweit. Wollen wir mich glatt sagen. Seht gleich einmal ein bisschen rumgekesselt. Und dann geht das so weiter. Tja. Schießen möchte ich nicht hin. Okay, ihr geht da hin. Und ich würde sagen... Machen wir erstmal den Turbo rein. Ein bisschen Geld schöffeln hier. Die Oma hat ihre schönen Fässer dahingestellt und nicht zur Stelle. Aber diese Mist. So. Eigentlich nur als Knöppelchen. Was hast du im Angebot? Das ist natürlich für Jessica natürlich klar. Ja, da bin ich überlegen, ob sie doch mit... Ich kaufe es jetzt einfach mal. Ah, dafür habe ich kein Geld mehr. Ähm... Warte mal. Ich kann jetzt erstmal ein bisschen Transfer machen. Kriegt sie gleich hier dorthin. Transfer. So, jetzt habe ich doch mal gucken. Bestimmt noch mehr für sie. Inhalt. Ah, Transfer. Wird sie das für sich lernen, ne? Geht nicht. Transfer. Ne, würde auch zurückgehen. Okay. Transfer nach... Da ist eigentlich... Tun wir nach Jessica hin. Ja, ausrüsten. Super. Natürlich. Flinkheits. Ja, okay. Das ist jetzt eigentlich uninteressant. Gut. Da, der Eichel-Meet-Käste. Dann machen wir mal... Zwei Dinge rein. Ah, das hatte ich vorher schon mal gesehen. Da tun wir den Topfdeckel. Ich glaube, das war da drin und dann. Ah... Okay, die Kombination geht nicht. Schauen wir mal das und... Richtet. Okay, die auch nicht. Ist auch eine schlechte Kombi. Und dann haben wir vielleicht noch... Das... Jo. Geht auch nicht. Ja gut. Dann haben wir das auf jeden Fall noch nicht. Sonst ein bisschen nur Stadt umsehen. Hm. Gucken vielleicht, ob ihr noch deine Töpfe noch was für mich habt. Ne, hier nicht mehr. Ah, die Folge geht jetzt auch noch ein bisschen drüber, weil ich möchte jetzt keine zweite noch anfangen extra. Dann machen wir jetzt ein bisschen drüber. Du hast Kackwaren. Äh... Aber Rüstung hast du zu kaufen. Jenga Spitzhut. Ich glaube nur den, aber das... Muss ich dann gucken, dass ich das Geld zusammenkriege. Da werde ich sowieso jetzt sagen, dass ich halt da ein bisschen Level und sowas. Ein bisschen so... Ich sag mal bis 15. Allgemein, ich weiß nicht, wie stark jetzt Jessica ist. Sie ist noch Level 9. Okay. Also hätte man es auch angeblich mit Level 9 geschafft. Äh... Da hat man noch was in Beutel bekommen. So eine komische Nuss. Ausdauer, okay. Ja, müssen wir gucken, dass wir auch irgendwann die Ausdauer dann erhöhen. Hier geht's ins Inn. Kann man ja auch... Äh... Hier können wir nicht speichern. Schade. Magische Nuss. Wir können ja nur übernachten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich würde jetzt gerne speichern. Hm... Vielleicht oben. Möchte auch nicht dran glauben, dass der Priester ein bisschen oben hindurch geht. Ah... Ein bisschen überziehe ich jetzt noch. Ah... Will ich nicht reden. Ah... Menno, Menno, Menno. Der ist auch noch Matrose. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich würde nämlich so gerne speichern. Und das kann ich nicht. Hätte ich jetzt... Ah, ja, hätte ich jetzt den magischen Samen gehabt. Hm... Wo kann ich jetzt... Ah, doch, ich kann da speichern. Jetzt würde ich aber nochmal mit dem Knönigrennen drüber speichern. So... Da ist der Päpst. Jo... Machen wir das. Naja, wir haben ja grad eins. Und dann mach ich jetzt so ein bisschen Leveln. Ähm... Ich guck mir mal so Rezepte. Vielleicht kriege ich noch hier welche in der Stadt raus. Und dann... Ist dann eigentlich schon fertig. So... Was haben wir jetzt zur Stundenzeit noch erreicht? Haben wir auch noch einiges geschafft. Ja, eine Stunde haben wir noch drauf gefasst. Eine Stunde noch gespielt. Ich möchte natürlich fortsetzen. Und ich würde sagen... Ich hoffe es hat euch gefallen. Dieses etwas längeres... In etwas längerem Party sogar. Wir sind jetzt natürlich dritt im Bunde. Ich werde jetzt ein bisschen Leveln. Dass auch Jessica so nah an uns wieder rankommt. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns dann halt bis zum nächsten Mal. Euer Flashdip. Und vergisst nicht unten zu gucken. Den Link zu verfolgen. In der Videobeschreibung steht natürlich auch Twitter Link. Und wenn es euch gefallen, dann Daumen hoch geben. Und... Wenn ihr mehr informieren wollt. Twitter folgen. Oder bei YouTube abonnieren. Bis dahin. Euer Flashdip. Und tschüss.